Guten Tag. Aber nicht viel. Ja, toll. Ein Knochen habe ich gekriegt, das ist alles. Ja, hier ist noch Knochen und Stoff bei mir auf dem Tisch. Nein, auf den Knochen. Okay. Aber nichts. Die Knochen ist immer wieder da. Ja, dann bist du voll. Ja. Gut. Auf den Dach würde unischt sein. Nein. Okay, na dann weiter. Ach, hier habe ich jetzt ein GPS-Dings gefunden. Ja, genau. Das lag da auch noch. Aber wenn ich jetzt so gar nicht aufkriege, ja. Okay, was haben wir hier? Nichts. Achso, du suchst noch? Nein. Oh, okay. Ja, okay. 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 Ach ja. Schön heute. Ja. Macht richtig Spaß. Wie weit ist denn die Nööländer? Na das war schon ein Stückchen. Ei ei ei. Da müssten wir wahrscheinlich auch durchrennen. Da ist ein Lager drüben auf der anderen Seite. Na toll. Also rennt doch auch. Ja 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 ich bin grad am überlegen. Ja renn ruhig. Erstmal rüber. Ja. Ja. Ja ja ich bin grad am überlegen. Da ist er auf dem Lager. Ja. Hab ich grad gesagt ja. Versuchen wir mal hier so ein bisschen am Rand lang zu rennen. Stehen sie aus dem Ofen? Ein bisschen am Rand, genau durchs Dorf. Wüstchen. Natürlich geht jetzt meine Energie zu Neige. Hinter euch, hinter euch. Achtung. Okay. Sieht gut aus. Da war ein Abwehr hin. Ja. Bis jetzt siehts gut aus. Dann müssten wir jetzt hier den Fluss hoch folgen. Und dann auf der anderen Seite vom See. Da ist denn die Höhle. Also hier kommt gleich am Ende des Flusses ein großer See. Ah. Ja. Da ist es in der Nähe wieder. Ja. Und da in der Nähe müsste ja auch unser Häuschen sein, ne? Das war da mal aufgebaut. Ach, da ist das ja. Ja. Also relativ klar. Man müsste noch ein Stückchen laufen, aber nicht mal allzu weit. Tatsächlich, wir sind ja ziemlich stark gelaufen. Das stimmt. Ja, ja. Und in der Zeit haben die Kackpicher unseren Fisch geklaut. Naja. Nicht nur das. Ja, ja. Da ist ja ständig überfallen worden. Da ist ja überhaupt gar keine richtige Zeit gehabt, das aufzubauen. Ich meine, die haben zwar schon aufgebaut, aber... Also falls wir dann nächtigen, dann müssen wir uns alle drei in ein Bettchen klemmen. Ja, das ist nicht so schlimm. Müssen wir noch ein bisschen kuscheln, denn das ist ja Winter. Das hält uns warm. Natürlich muss hier jetzt jener lang krepeln. Ob du... Einer sagt dann. Einer? Da ist doch nur einer, oder? Nee. Nee. Auf der anderen Seite waren noch nicht. Oh, okay. Ich hab' ich nie hübsen. Ich hab' ich nie hübsen. Er krieg' ein Uhfeld auf dem Eis. Er hat sind so klingende Schmutzärsche. Ich hab' ich sehen. Waschbären sind. Waschbären. Die sind nett. Oh. Glaube ich. Dann rennen wir direkt auf die Hülle zu. Ja, ich war. Ich konnte mir denken, dass... Ich bin gespannt, die da drin aussieht. Ja, ich bin. Was? Gut. Jetzt hab' ich hier möchtest du die Höhle einweihen. Ja. Ja, sprach sie auf. Sehr gut. Jetzt schwingen wir mit durch. Rufus, nein. Jetzt nicht. Das ist ja immer diese Nimm-Kunzel. Nimm doch mal die Taschenlampe, bitte. Jetzt stellt euch vor, hier ist einfach nur so hier diese Ener-Schädel drin und mehr ist hier nicht zu finden. Was? Trastig aus. Nein, nein, hier muss mehr sein. Mann. Hey, habe ich keine Batterie. Oh, ich habe keine Batterie. Na toll. Du musst ja doch die kleine Funzel nehmen. Mann, der Boot. Also hier ist erst mal nichts, ne? Hier vorne an. Das kriegt nur die Tasche. Ich nehme Janischt, der hoch. Ja, Janischt würde ich nicht machen. Würde Feuerzeug wenigstens nehmen. Ja, mach ich ja. Weil Janischt, da siehst du nicht viel. Ich habe von nie gefunden. Oh, sehr gut. Ja, hier. Sehr gut. Ich glaube, da musste ich ducken. Ja. Ich meine ja nur. Die. Wo ist denn Maleficent? Hinter dir? Ach nee, hier. Hinter mir. Hinter dir. Oh, hier haben wir Kisten. So, ich habe die Schnauze gekackt. Wie ich. Okay, ein bisschen Kattenfutter liegt hier. Wenn ich mich hauen. Nein. Alles gut. Ähm. Oh Gott. Hallo. Ich komme hier. Ich war jetzt. Komm, ich raus. Jetzt kommst du nicht mehr raus, wa? Was soll ich mir aufsammeln, Mensch? Ach so, ach so. Du hast noch nicht mehr sammelt. Ja, ich bin nicht dran. Dass wir die Böchse haben. So, jetzt. Mal kurz ein Energy Drink. Das ist eine Kiste. Da war eine Kiste. Habt ihr geholt? Wo? Wo? Ah, oh. Ja, hier. Sehr gut. Dankeschön. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder gut Katzenfutter am Start. Gut. Okay, hier wird irgendwas angeleuchtet. Gehen wir hier oben lang. Ach, wieder diese Kiste. Also diese, dieser Fahrstuhl, oder was auch immer das ist. Oh, nein, Babys. Na gut. Na gut, sagt sie. Die Dinger springen dich an und die schufzen. Kack, Viecher. Da war wohl ein Babyboon. Da war wohl ein Babyboon. Da war wohl ein Babyboon. Ah, du bist hier. Oh, was soll man hier? Es ist Moni. Moni-Sion. Fischer Zeitschrift. Oh, sehr gut. So, kann man nicht nehmen, ne? Schade. Bisschen. Seile ist sehr gut, haben wir sehr gut gebrauchen. Und ja, von da sind wir, komm, ja. Hier? Ne, ne, hier ist einfach richtig. Okay, das ist, bis jetzt ruhig. Ja, da hinten sehe ich auch mal drin. Da leuchtet was. Ach ne, ja stimmt, wir können ja nicht hier den nutzen. Ja. Ach, da ist doch ein Blender. Ja, warte mal, geh mal weg da. Köpfe. Au. Toll. Wir haben nicht gespeichert. Sondern es sind hier drin auch die Speichern. Du bist da. Au. So. Gut, Stück. Toll. Entlässchen. Stück. Verdammt. Hallo, ich komm. Ja toll, ich bin tot. Ich kann grad zwischen so ein Stalagnit nicht mehr vorbei. Die hat mich da drin geprügelt. Wir liegen alle, ne? Ja. Gut, okay. Meliphas und auch? Ja. 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 Ja, ich kann ja nicht. Da. Ja. Ja. Schleifen. Ja. Jetzt muss ich mal gucken, wo ist denn überhaupt, äh, wo ist denn jetzt? Achso, wir haben ja unsere Sachen gleich, ne. Achso, ach hier, deswegen konnte ich es nicht nehmen. Ich würde schon sagen, gib mir meine Taschenlampe. Also mit, ähm, mit Dingens hier, also mit Mollys, die bekämpfen wir irgendwie, das dauert zu lange. Ja. Aber wir sind, glaube ich, am Anfang, ne? Ja, ja, ja. Ah ja, geht ja schon richtig. Hallo. Und ducken. Lass mich vorbei. Ist grad die Furz. Also hier in-game, hört es sich so an. Bis da vorbei. Mit Levels sind sie schon vorher gegangen, oder? Ne, ich bin hinter euch. Achso, achso. Sind wir grad getötet worden? Ne. Ich bin da nicht durchgekommen, eben. Ja, ja, ja. Äh, ne, wir waren noch ein Stück weiter. Wir waren die Babys. Ich werd mich verlaufen in der Höhle. Ich komm da nie wieder raus, Adina. Ich verstehe, ja. Also bis jetzt geht es ja eigentlich nur eine Richtung. Ja, aber trotzdem. So, hier. Kloppis. Auf mich nicht, ja, voll. Das ist ein Kackviecher. Na ja, klar, ich bin ja auch tot, ne? Eigentlich. Ach, was? Ja, 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 ich liege wieder. Aber ja, klar, ich hab ja, ich hab ja auch keine Energie mehr, ne? Ich bin ja sowieso halb tot. Ja, dreht sich um und bin direkt wieder tot. Ich liege auch. Ja. Schön. Ich auch. Gut. Na ja, hängen wir gleich wieder. Ah, nee. Schreibe. Oh weia. Ich hoffe, wir, wir kriegen irgendwie, ähm, äh, guten Medizin und alles. Was wir das gleich sammeln können. Ich hab mich gar nicht erheilt. Ja, ich auch nicht, weil ich konnte ja auch nicht. Ich muss mir was anderes nehmen. Zum Töten. Mhm. Ich glaube, vielleicht hab ich hier noch Pfeile und Bogen. Okay, Pfeile und Bogen nicht, denn es ist dunkel in der Hülle. Du siehst es nicht mehr. Ja, stimmt auch wieder. Pfeile und Bogen geht nicht. Die Taschenlampe ist auch alle. Das wäre ja dann einfach. Guck, die Klinge funzelt. Ja, mit der Machete. Das ist ja eins der stärksten Dinge, die wir haben. Aber, ja, damit kommen die halt zu ner Mann. Was? Was für'n Ding? Machete. Ach so. Das Messer. Ja. Jetzt, warte mal. Jetzt sind wir noch Medizin hin. Sind wir jetzt wieder... Ah, hier. Ja, ja. Okay, okay. Hast du noch Medizin? Ich? Nö. Ich glaub ja auch nicht mehr. Deswegen lag ich ja wieder sofort. Wo bist du denn? Hier. Der meins, ne? Ja, bist du sicher? Du brauchst ja auch. Ja, ich hab gerade genommen. Ich hab gerade genommen. Ich hoffe mir. Dankeschön. Mal schauen, dann heilig mich mal kurz auf, bevor ich da wieder rein renne. Ja, ich hab mich auch kurz. Aber was man machen kann, ja stimmt. Ich kann das ja so ein bisschen ausleuchten und dann könnte man vielleicht mit Pfeil und Bogen, ne? Wir haben doch hier Flares. Mal, ich muss echt nimm mal Katzenbutter erstmal schnell. Achso, ja, ja, ja. Das tut auch den Dorst ein bisschen löschen. Wirklich? Mit dazu. Ja, und Dorst, ja. Okay. Ich hab jetzt gedacht, dass das sehr hauptlos macht. Das war nicht als Ziel, aber Dorst geht trotzdem nach oben. So. Oh, das ist mein Licht. Ja. Hm? Hast du was gesagt? Wie macht man nochmal ein Feuer? Äh, mit Stöckern. Die legst du dann auf den Boden und zerbrichst die quasi. Über I oder was? Über I. Also, ja, I, dann nimmst du dir einen Stock und dann, äh, ja. Legst du den quasi auf den Boden. Wollen wir hier, äh, mal zum Sprecher machen? Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, ne? Ja. Aber macht das mal hier so in der Ecke mehr. Nicht, dass wir da gleich mit dem Feuer... Wo? Welche Ecke? Nein. Hier hinten. Hier, hier, hier. Hier würde ich sagen, irgendwo. Ja, ich muss ja sehen, dass es uns auch nicht passt. Ja, ja. Ja, ja, klar. Dann könnt ihr ja noch schnell, wenn ihr wollt, euer Wasser abkochen. Doch auch. Genau. Ja. Das Sapchen kniet sich ins Feuer rein, das ist auch schön. Ja, warum nicht? Hm. Ich speichere mal in der Zwischenzeit. Äh. Das war falsch. Ja, musst du dann mal auf den Topf gucken und dann in diese Zahnrädchen klicken. Ich hab schon mal gespeichert. Mhm. Ich auch. Was für Zahnrädchen? Äh, da müsste irgendwo ein größeres Zahnrädchen zu sehen sein. Wenn du da drauf klickst, machst du den Deckel drauf. Ja. Nicht? Warte mal, ich probier mal kurz. Ähm. Bei den Metzen. Ein paar Sapchen. Ja, also direkt, direkt aufm, aufm, äh, aufm Kochtopf quasi. Ja. Die brennt. Ja. Wollen wir jetzt? Pusse. Ja, ich bin. Schönes Wurst, der Feuer. Ich hab dich ausgepustet. In der Zwischenzeit esse ich mal ein bisschen Katzenbutter. Ich finde, das mit dem Wasser gucken könnte ruhig schneller gehen. Ja. Ja, klar, weil wir alle drei haben. Mhm. Machen wir heute Camping-Simulator. Genau. Das Sapchen klingt irgendwie angepressen. Ja. Okay. Ja. Oh ja, das ist ne gute Idee. Mach da da drüben noch ein Feuer. Die können an zwei Stellen gekocht werden. Genau. Ach, nur mach doch irgendwie. Jetzt. So. Am besten auch gleich dann noch ein paar Blätter nachlegen. Genau, und dann ne große Zahnrädchen. Das ist so weißlich. Hä? Wieso ist denn das erst wieder weggegangen? Ja. Okay, ja. Weil ja aus ist. Toll, jetzt ist das Zahnrad auch wieder weg. Mann! Nimm mich doch am Stritzel, ey. Du hast mein Feuer kaputt gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Du hast mein Feuer kaputt gemacht. Gar nicht. Das musst du gleich nochmal Holz hinterher machen, sonst wird es gleich wieder aufsicht. Warte, das hättest du schon. Naja. Naja. Jetzt vergisst. Ich hab mich gleich wieder befriedigt, irgendwas gemacht zu haben. Hörst du mal auf, Dinge in mein Wasser reinzuwerfen? Nee. Das ist jetzt Gesundheitswasser. Wer sagt denn, dass ich das will? Ja. Wenn du willst, dass das Feuer gleich wieder aussieht. Was heißt? Hey. Wenn du willst. Wenn du willst. Dann kommt ein Feuer raus. Ja, ich hab's gesehen. Warum? Mann. Warum? Okay, ist fertig dein Wasser. Ein Glück. Gerade rechtzeitig. Gerade rechtzeitig. Gib mal ein Stück zur Seite, die Sapchen sieht wütend aus. Ja. War deins jetzt fertig, Sapchen? Ja. Okay, super. Dann nochmal speichern, vorsichtshalber. Ja, mit frischem Wasser. Ah, das klingelt. Ja, okay. Wow, wow. 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 Was hab ich. wird zu schlafen ja dann haben wir gleich wieder lust wahrscheinlich ist sappchen ja tatsächlich bis jetzt am besten das lässt den dorst minimal aber ja richtig wie du diesen riesen topf nimmst und daraus trinkt naja wenn ich mir vorstelle dass das so ein top wasser ohne deckel im rucksack dann mache ich gleich mal hier drin licht mit braucht die paar kanalien sehen und dann können wir vielleicht mit mit pfeil und bogen und so jetzt sind sie weg da hinten leuchten sie achten so kommen sie wenn er wieder angeflogen kommt oh alter ne ok bogen geht auch ach scheiße auch nicht ach man dauert auch zu lange mit dem bogen totale schweine sag mal jaja die bären natürlich auch stärker ne mit der zeit du kommst ja mit gar nichts ah er ist ok gut also das ding hat auch keinen zweck ne hab ich auch gemerkt haben wir nicht munition die erschießen wir die dinge naja klar ja klar angranaten schmeißen ihr könnt ja schießen klar ihr habt da ne wache ja jetzt muss ich mich erstmal in die pferde rein du hast mein feil bekommen alter zuletzt noch ja ne ok ne auch nicht mehr ich bin wieder am sterben das ist jetzt mein das gibt's doch nicht ey ich treff die nicht einmal ne die drehen sich nur um und wahrscheinlich der Windschlag macht mich schon k.o. ja also die hauen einmal zu und dann sitzt der weg tja das ist ein Lappchen die lebt nochmal bis hinten ja ne ich bin wieder vorgelaufen mhm vorgelaufen ach vielleicht warte mal vielleicht wirklich äh mit äh mit was können wir die denn noch steinschleider steinschleider wie sind die ja mit 23 munition nein 23 na also ich erschieße sie wann die jetzt ja mach das weißt du ich hab ja auch na also na also muni hab ich ja ne ganze menge aber ich hab dir ne waffe die hab ich Virginia gegeben oh ja die könnt ja auch mal hierin kommen blöde kuh ne die kommen ja nicht hierin ne ja ich weiß hier das alte fleisch ha du bist ja hallo ich hab ne steinschleider mit nem pfeil drauf ne mit nem stein doch ne also beim bier ist kein pfeil hier ist einer von diesen äh hightech pfeilen ok ach vielleicht steckt der in mir aber könnt ihr den rausziehen schau mal der ist in deiner steinschleider drin ne ok ne bei mir ist eigentlich nur mal ein stein drin aber ja gut ok schau mal der ist ja auch wieder dunkel ne wenn ich damit schieße ah gut die viecher leuchten ja da vorne ist auch gleich einer komm her hier die ich bin da bevor ich schieße also wissen der hat mich ja schneller ich bin tot ja ich bin da ich bin auch tot der springt ja dermaßen schnell der tipps der ja nicht ja jetzt wie es uns gegen als wir da taus mal auf aufbauen wollten und wir ständig genauso gekillt wurden halt da haben wir noch überlegt ob wir neu anfangen und friedlicher machen ja die kommen auch ja aber das ist nicht so gemein ich will nicht normal nicht normal spielen weil die sind viel harmloser da kriegen sie immer alle ja ja ich wieso nicht war weil also ich habe mich da auch ein bisschen belesen ob das jetzt ein krasser geworden ist und alle die meinten das ist halt wie auch vorher und wenn es halt schwieriger ist das auch cool dann ist es eine größere herausforderung da denke ich mir auch so halt die schnauze man nicht sterbt die ganze zeit dass man das war mal hier nach medizin findet ja wahrscheinlich da sein wo die wo die idioten sind da wüsste denn auch nach die sind hier vorne schon hinter dem schuld ich habe den kopf geschossen was hat der denn für einen arm weg ja ich liege der hat mich unten vom vom boden aus also ich bin ja hier auf diesen fels vor deine feine deine feine ich liege ich bin tot ja ja offen 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 ja jetzt ist ganz vorbei offen auf dem feld der hat von unten geschlagen und hat mich getroffen ich hab mal gespeichert ja macht es denn jetzt einen tod haben ich habe jetzt einen sterben macht hungrig das ist aber auch wirklich kein wunder man hat ja nichts mehr zum aufheilen da gar nichts wirklich minimal heilung hat auch gestoßen die frau jetzt habe ich gedacht es ist tot ja ja ich speichere ich auch mal so oft wie ich gestorben bin die musik speichern hat das hier schlechter für schlechte fleisch ok